Die Polizei zieht hier vorne ihre Helme auf. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass dies eine angemeldete legitime Demonstration ist. Wir brauchen auch kein Seitenspalier. Ich wiederhole nochmals, wir wissen ganz genau, wie unsere angemeldete Demonstrationsroute ist. Wir brauchen euch nicht als Wegbegleiter. Zieht eure Helme auf, zieht euch zurück. Wir brauchen hier nicht noch mal so eine Show wie in Frankfurt im jetzten Jahr. Zieht euch zurück. Wir demonstrieren hier. Das ist unser gutes Recht. Unsere Demonstration ist legitim. Die deutsche Kriegspolitik ist es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017